Schönen guten Abend, Herr Finanzminister. Danke fürs Kommen. Was geht? Sie plakatieren, es gibt kaum Wichtigeres für Österreich als Wien nach vorne zu bringen. Was ist denn für Sie noch wichtiger als Wien, wenn Sie sagen kaum Wichtigeres? Nun, da geht es um ganz Österreich. Denn Wien ist der zentrale Ballungsraum. Und es ist nicht egal, wie es um Wien steht. Nicht nur für die Wienerinnen und Wiener, sondern für ganz Österreich. Wenn Wien das Zugpferd in der Volkswirtschaft ist, wenn Wien an der Spitze des Wohlstandes steht, wenn es hier viele Arbeitsplätze gibt, wenn es hier viele Unternehmen gibt, denen das Wirtschaften leicht gemacht wird, dann spüren das alle Menschen in Österreich, vor allem aber die Wienerinnen und Wiener. Wie viel Zeit haben Sie denn als Corona-Finanzminister, sage ich mal jetzt, für Wien? Nun, Sie haben schon recht, wenn Sie insinuieren, dass das eine Doppelbelastung ist. Aber Wien ist das mir wert. Ich habe mich vor fünf Jahren schon für Wien entschieden, habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben und bin Obmann einer 9%-Oppositionspartei geworden, weil ich weiß, dass in Wien vieles noch besser geht und wir wollen einen anderen Weg als den der SPÖ aufzeigen. Das ist die Wahl, die wir für die Wienerinnen und Wiener anbieten. Und Ihr Ziel ist es, ein Regierungsamt in Wien zu begleiten. Das heißt, das Ziel sind Regierungsverhandlungen mit Michael Ludwig nach der Wahl. Ich glaube, jeder, der antritt, der möchte auch gestalten. Das heißt, der möchte mitregieren und das ist unser Ziel. Wir wollen türkise Politik in Wien machen. Mehr türkis für Wien ist unser Slogan, weil wir glauben, dass es in den Bereichen mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger, besseres Wirtschaften, aber auch in der Frage Integration, die eingefordert gehört, viele türkise Maßnahmen braucht. Das heißt, Regierungsverhandlungen mit Michael Ludwig? Na, sogar den Abschluss, das ist unser Ziel. Nicht nur die Verhandlungen. Gut, und Sie werden dann Vizepürgermeister? Das ist das Ziel. Okay. Wie können Sie denn eigentlich persönlich mit Michael Ludwig oft sehen Sie ihn? Wir haben in den vergangenen Jahren natürlich regelmäßig zu tun gehabt, in den verschiedensten Funktionen, als ich noch im Stadtsenat tätig war, danach in der Bundesregierung als Kanzleramtsminister, jetzt als Finanzminister. Immer wieder läuft man sich über den Weg. Wir haben auch ein professionelles Arbeitsverhältnis, würde ich sagen. Inhaltlich trennt uns einiges. Gemeinsam haben wir sicherlich, dass wir beide Wien lieben, aber er möchte das eine, wir möchten einen anderen Weg gehen. Haben Sie da auch Bedingungen, zum Beispiel, dass Sie zwei Stadträte bekommen? Na, die Bedingungen sind, dass unsere Prinzipien umgesetzt werden können, wenn es darum geht, eben mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger in dieser Stadt möglich zu machen. Wenn es darum geht, das Integrationsthema mit Hausverstand anzugehen, das wären unsere Grundprinzipien. Ohne die würden wir es natürlich nicht machen. Aber ich denke, das wäre auch gut für die gesamte Stadt und deswegen blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Also die harte Linie in der Frage, ob man Kinder aus Lesbos aufnimmt, das wäre zum Beispiel eine Koalitionsbedingung. Nun, ich glaube, wir brauchen in Wien bei der Integrations- und Migrationspolitik eine Mitte-Rechtspolitik mit Hausverstand und Anstand. Einig sind wir uns, wenn wir die Bilder aus Lesbos sehen, dass wir helfen müssen. Im Weg dorthin unterscheiden wir uns. Die SPÖ möchte die Menschen nach Wien holen. Wir sagen, es soll Hilfe vor Ort geben. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtigere Weg. Jetzt gerade ist die Bundesregierung dabei, nicht nur Zelte und Decken, sondern auch Unterkünfte bereitzustellen, medizinisches Personal. Das ist der richtige Weg. Es gibt viele Bereiche auf der Welt, wo wir so helfen müssen. Wir können nicht alle Probleme lösen, indem wir die Menschen nach Wien holen, nach Österreich holen. Hier gibt es schon viele Herausforderungen im Bereich Integration, die wir lösen müssen. Markus Söder, Ministerpräsident aus Bayern, zeigt sich enttäuscht von Österreich. Deutschland nimmt jetzt mehr als 400 Familien auf. Die Ärzte ohne Grenzen sagen, wenn man dort ein neues Lager aufbaut, dann löst das das Problem nicht, weil man weiß trotzdem nicht, wo die Menschen hin sollen. Das heißt, ist das für Sie eine nachhaltige Hilfsstrategie? Es ist nur nachhaltig, wenn wir vor Ort helfen. Es ist definitiv nicht nachhaltig, wenn wir die Menschen nach Europa verteilen. Wo sollen die dann hin? Auf Lesbos bleiben. Das haben wir schon 2015 gesehen, was dann passiert. Übrigens Schweden und Dänemark, die gehen denselben Weg wie Österreich. Das sind teilweise sozialdemokratisch geführte Länder, weil auch diese Länder, so wie Österreich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel humanitäre Hilfe geleistet haben. Wir sind unter jenen, die mit am meisten Menschen Hilfe gewährt haben, Asyl gewährt haben. Wenn wir das weiter so tun, überfordert das auch die Bevölkerung, überfordert das die Integrationsmöglichkeiten. Deswegen ist Hilfe vor Ort die einzig richtige Möglichkeit. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es gesehen, der Sacher muss 140 Mitarbeiter kündigen. Wo soll das hinführen, wenn sogar ein so finanzstarkes Unternehmen mit den Hilfen offensichtlich nicht auskommt? Ja, das macht mich sehr betroffen. Ich habe heute am Vormittag mit dem Geschäftsführer der Sacher auch Kontakt gehabt, weil wir eigentlich genau das besprechen wollten, wie wir besser helfen können. Wir haben mit den Unternehmen, mit den Wiener Unternehmen, mit den österreichischen Unternehmen über den Sommer hinweg einen Fixkostenzuschuss, zweite Phase konzipiert, wo wir genau auf die Bedürfnisse von besonders betroffenen Unternehmen eingehen. Denn die Gäste bleiben aus, die Fixkosten laufen weiter. Da wollen wir helfen. Wir haben alles fix und fertig. Und jetzt blockiert uns die Europäische Kommission die Zustimmung, das auch tun zu können. Da haben wir heute eine Sitzung gehabt, wo auch der Herr Winkler mit dabei war. Und es war sehr haarsträubend, mit welchen Argumenten uns die Kommission das verweigert. Wir kämpfen da weiter an der Seite der Wiener Unternehmen. Martin Sellmeier, der Vertreter der EU-Kommission, hat gesagt, wenn sich drei intelligente Leute zusammensetzen, ist dieser Antrag in einer halben Stunde erledigt. Was ist da schiefgelaufen? So wie das die Kommission als richtig empfindet. Wir wollen das so machen, wie das die österreichischen Unternehmen für richtig empfinden. Die Kommission möchte gern, dass wir deren Bedingungen erfüllen. Wir stehen aber auf der Seite, dass wir den österreichischen Unternehmen helfen wollen. Was die Höhe der Zuschüsse betrifft, was die Art der Abrechnung betrifft. Das soll unbürokratisch sein. Die Kommission schlägt vor, dass man ungefähr nur 20 Prozent von dem, was wir gerne geben würden, geben darf. Und dann auch gegenrechnen muss, was man vielleicht schon bekommen hat. Das ist nicht nur hochbürokratisch. Das ist auch zu wenig für Unternehmen wie der Sacher beispielsweise. Deswegen verstehe ich nicht, warum man mit österreichischem Steuergeld Länder wie Spanien und Italien zum Beispiel unterstützen darf. Aber nicht die österreichischen Unternehmen. Gibt es jetzt durch diesen Streit mit der EU, sage ich einmal, Verzögerungen für die heimischen Firmen? Können Sie das ausschließen? Wir wollen, dass dieser Zuschuss, den wir konzipiert haben, gemeinsam mit den Unternehmen möglichst bald genehmigt wird. Es hat heute auch wieder Gespräche gegeben mit der Kommission. Die Behörden auf ihrem sehr bürokratischen Standpunkt, was ich nicht verstehen kann. Denn wir haben ja gemeinsam mit den Unternehmen einen Lösungsweg gesucht, den wir jetzt nur genehmigt brauchen. Und dann können wir gezielt helfen. Sie fordern Deutsch vor Gemeindebau auf B1-Niveau. Ist das juristisch abgesichert? Und für wen soll das gelten? Auch für die Leute, die jetzt schon im Gemeindebau wohnen? Nun, durch den vielen Zuzug, den wir in Wien gehabt haben, besteht die Gefahr von Ghetto-Bildungen, gerade wenn es darum geht, dass Gemeindewohnungen vergeben werden. Um das zu verhindern, sagen wir, dass es ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen braucht, um dem auch vorzubeugen, bevor man eben eine Gemeindewohnung bekommt. Das ist in anderen österreichischen Städten möglich. Zum Beispiel in Wiener Neustadt oder in Wels. Das muss doch auch in Wiener Neustadt sein. Wir können das jetzt nicht juristisch klären. Aber dort ist es schon in Kraft. Mit den Menschen, die dieses nicht schaffen, die nicht genug Deutsch können, wo sollen die dann wohnen? Die sollen am besten Deutsch lernen. Das ist ja das große Ziel. Wenn man in ein Land kommt, wenn man hier Schutz und Hilfe bekommt, dann muss man doch auch einen Beitrag leisten wollen. Nicht nur die Mindestsicherung beantragen, sondern ein Mindestbekenntnis auch zu dem Land haben. Ein Mindestbekenntnis zu der Stadt, einen Mindestbeitrag leisten für die Gesellschaft. Und der wäre schon ausreichend Deutsch zu lernen, damit man ein Teil der Gesellschaft sein kann. Das ist Ihnen wichtig. Noch ganz kurz eine Frage zur Ampel. Wir haben es gehört, sie steht jetzt auf orange. Die Maßnahmen werden nicht verändert. Ist die Ampel ein Rohrkrepierer? Die Maßnahmen sind schon am Montag bundesweit verschärft worden. Aber anders als ursprünglich bei der Ampel für orange vorgesehen. Die Ampel dient zur Orientierung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese auch bietet und dass man auch das Signal setzt, gerade dort, wo es orange ist, gibt es hohe Infektionsgefahr. Da müssen wir alle gemeinsam vorsichtig sein. Auch aus wirtschaftlichen und Arbeitsplatzüberlegungen. Denn wenn Wien weiterhin, so wie jetzt zum Beispiel von Seiten der Schweiz oder anderen Ländern, eine Reisewarnung bekommt, dann ist das katastrophal für den Tourismus. Dann ist das katastrophal für die Vorweihnachtszeit, die ja die umsatzstärkste Zeit für die Märkte ist, für die Läden ist. Und deswegen müssen wir uns jetzt bemühen, dass wir die Infektionszahlen runterbekommen, damit wir Arbeitsplätze sichern. Aber sehen Sie da einen Konflikt mit der Wiener Staatsregierung oder geht man da Hand in Hand? Nein, ich glaube, wir müssen hier gemeinsam gegen das Virus kämpfen. Jeder auf seiner Ebene. Da gibt es Verbesserungspotenzial im einen oder anderen Bereich, wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie lange man in Wien auf einen Bescheid wartet, wenn man einen Test gemacht hat. Aber ich glaube, jeder versucht hier sein Bestes. Da wird auch dagegen gesteuert und Personal aufgestockt. Herr Finanzminister, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.